So, da Ranked Matchs irgendwie grad nicht drin sind, guck mal wo Ranked-O-Quick-Match Sieht doch ein Singleplayer, ich glaub da kämpft man gegen Bots, ich weiß gar nicht wie gut die spielen. Was ist das denn schon wieder hier für Avatar, Azur Reaper, hm, achso ich bin dran, sehr gut, sehr gut das nicht mitzubekommen. Aber nach dem Match sollte ich mir ein neues Musterpack kaufen können. Plus one attack, alle die auf dort stehen, okay. Was, ich hier schon wieder so einen Haufen Zauberer hab, ey. Ja, der spielt das, uah, iiih. Increase order by one, what the fuck? Warum kriegt der ein Order, das ist ne Kreatur die drauf ausgelegt, Order mit Decay zu spielen, gemixt. Wozu? Jetzt versteh mal einer. Okay, there's another unit, draw one scroll. Ach, das Vieh wieder. Jetzt hat er ein Order dazu bekommen. Ich will ihn auch nicht angreifen lassen. das ist mir aber auch leider. Dadurch hat er eins aufgeholt sozusagen. To adjust and create the beginning. Hmm. Ja, ich will ihn sogar nicht brauchen momentan. Crown of Strange Hat er eigentlich ein Item sozusagen bekommen? Krone der Stärke hat er bekommen Mein Infanteriemann Die Grunde Stärke bekommen Aber was ist das denn? Secret World 2 When language comes into play Draw one scroll Oh meine Frasse ist das nervig Was ich finde Wie gesagt, das Deck ist richtig Nur aufs Abnerven ausgelegt Reicht noch um das zu zerstören Minus 2 Minus 2 Stärke ist Der hat 8 Handkarten Der knallte mir um die Ohren Wenn der Glumpen Mana kriegt Der knallte mir richtig um die Ohren Das ist übel Der hat auch letzte Runde für Karten geopfert Nein, schon wenn auch nicht irgendwas ist Hätte ich jetzt mal Purification nicht geopfert Was ist denn jetzt schon wieder? Ich bin ein voll Trottel Neuziehen. Toll, es gibt ja meine Kreaturen, die hier sind zwar Schaden dazu, aber das nützt mir ja nix. Ach, fick dich. Fick dich. Das ist jetzt richtig eklig. Jetzt kann ich hier meinen Schadensboden nicht benutzen, weil ich sonst immer Schaden kriege. Bum. Toll, jetzt haben sie hier mehr Schaden, aber können ja eh nie angreifen. Neuziehen. Plus one hell. Ist das nervig, ey. Na, ich bin so im Vollpfosten. Ach, geh mir nicht auf den Piss, ey. Und du greifst nicht an. Und du greifst nicht an. Und du greifst nicht an. Die hat schon glänzt. Okay. Also es gibt auch glänzende Karten. Für so Sammler und so. Ach, geh mir doch nicht auf. Das hat er erst echt zweimal da drauf. Nein, Lenkwut. Lenkwut ist auch noch hier drauf. Ach, Gott. Jetzt egal. Ich packe den jetzt da hin, damit ich Crossbow hierhin stellen kann und Spearman hierhin. Wenn ihr Auto spielt, könnt ihr aber auch meine Kreatoren einfach mit noch reinsetzen. Au. Das könnte böse werden. Wenn er jetzt mal einen Flip hat, kann er die schön hier da und da hinsetzen oder sowas. Ich habe einen Schaden gemacht, um eine Karte zu ziehen. Das Ding habe ich auch. Wenn man irgendwo Kreaturen spielen würde, ist mein Lieber. Das Gefühl, da ist ein bisschen viel. Oh, Wahnsinn. Ein bisschen viel Verzerberung. Draw two Scrolls. Lustig. Ja. Bäm. An die Nase. Was ist das denn? Ach nein. Ja, das ist genau so ein Ding. Fuck. Jetzt habe ich... Ja, jetzt habe ich den gleiche Effekt wie vorher. Nur, dass meine Mauer stehen bleibt. Toll. Das ist noch die Einfachsäuern, wenn die hochgerutscht wären. Wäre mehr gewesen. Ach ja. Gehen wir nicht auf den Piss, ey. Scheiß Ding. Okay. Was? Switch places of two. Aha, warum auch immer. Plus one attack auf die gleiche andere Reihe. Ja, tun gibt es nicht bei mir. Ich brauche nochmal Purification, um das Maya Curse rauszuholen. Das ist nur, wenn ich ein Spell oder ein Schadenspieler spiele. Doof. Das ist einfach klar, dass er mal sowas macht. Was? Was? Moment mal. Interplay, draw and scroll. Wie gesagt, schaden. Hä? 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 Warum der die immer so hinsetzt sich direkt zerstören kann, verstehe ich aber noch nicht. Hast fast alle schon was abgekommen, das ist nicht zu knapp. Ach nein. Nein. Ey. Zwei davon auf dem Feld ist einfach nur ekelhaft. Hoch 10. Öhh. Ich muss den hier vorne hinstellen. Shoot is destroyed, increase order by one. Hm. Jetzt hat sie noch getauscht, Wahnsinn. Wobei es keine Rolle spielt, ob du tauscht noch nicht. Mach's noch denken, ok. Gibt's von beiden Seiten schon, ist er eh tot. Das ist so ein ekliges Giftscheiß, was er da hat. Dann ist er eh tot. Da war ein ekliges tot. Das ist so ein ekliges Giftscheiß. So, wir müssen auf jeden Fall meine 20 Gold haben, die ich dann brauche, um ein neues Deck, also einen neuen Boosterpack mitzuholen. Boah, nein! Nervt mich nicht! Ich muss die Mauer da hinten stehen. Herrlich! Hey! Steht's mir jetzt nicht mehr in der Mitte. Was ist denn das zufällig? Das ist ja bloß das Tauschen um zu ziehen. Hm, was sind das? Ist er wieder vergiftet? Dann stirbt er ja auch wieder. Herrlich! Der ist ja auch vergiftet. Slayer heißt, wenn immer hattet dies damage to a creature, a creature is destroyed. Herrlich! Lovely! Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. They based part of hard chain D- Ne. Das ist Quatsch. Den gebe ich ihm ja. Na. Damit Mutter nutzen müssen. hab ich da oben angreifen lassen, sind los, auf nix na fuck kann eine ziehen na shit ach ey die haben einen Keks, was ist das? ich geh mir richtig auf den Keks ich geh mir so auf den Piss mit eurer Scheiße ich geh mir so auf den Piss mit eurer Scheiße ich muss echt die Idols totkriegen das haut mir nach und nach meine Viecher weg, das ist übelst nervig oh you don't say nur hier da, da, da hier 5 sichern stellen und hier hinten was was oh das ist egal noch so ein Vieh, ich bin hier das ist egal das ist egal das ist egal das ist egal ach viele vergessen ihn da oben ohne zu ziehen meine Güte ich bin so ein Trottel ey, ich vergesse ihn da oben immer irgendwie ignoriert schon 2 mal daneben angegriffen das nervt das ist einfach nur Massen von Kreaturen ey man sollte DK mit Growth spielen glaub ich ey Alter ist das nervig das ist ja ich bin so ein Trottel das ist egal ich bin so ein Trottel 4,2,5 Das erhält sich jetzt, wenn er das Ding zerstört Oh man Oh man extrem die Bewegungen Hier ein Schaden Das Ding muss ich jetzt aber mal runterziehen Ehrlich wenn ich da mal wieder für die Kirchen kriegen würde, aber nein Weil ich das bei dem hier viel eher einsetzen würde, weil es einfach nur im Weg rumsteht Och nein, nicht der Witschdoktor Mit einer stärksten Kreatur, die es so gibt von den Viechern Kann aber ganz einfach angreifen Er kann auch ganz normal angreifen Och Gamer, nein Was ist so nervig, wie viel hat denn der davon Das ist das dritte, was der davon spielt Um mich zu schwächen Jetzt tauscht der hier auch noch lustig Jetzt tauscht er zurück Och Gott Was Oh nein Das ist nicht euer Ernst Ich brauch's nicht, ich brauch's nicht Etwas besseres gebraucht Irgendwann kann sie stehen bleiben Jetzt holt er halt jetzt Massen raus Die ganze Zeit nicht gespielt Hat er ewig gespart Um ein übelst Masse, 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 Masse zu packen Hat er echt gewartet, bis ich Unten bin? Ist das dein Ernst? Das ist anscheinend sein Ernst Das ist so dumm Ich blöden Oh ne Ich mag die Runde jetzt schon wieder nie Das war ja so böse Irgendwann der Angriffskanelle Die Kreatur zerstören Das ist der Counter zu jedem Der Mann hat übelst viel Kreaturzerstörung Scheiße Das ist das Das ist so nervig Das ist so wie das Zombie Deck bei Magic Was der da hat Kaputt 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 Ach übrigens kaputt Au und kaputt 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 Das stimmt übrigens auch in den nächsten drei Runden Kaputt Ehrlich Genauso spielt sie das Zombie Deck bei Magic Haufen Scheiße drauf patschen Und dann übelst den Gegner abnerven Meine Fresse ist das nervig Ehrlich Wie sieht die Oblivion Steak auf dem Artwerk ganz anders aus Wobei ne ganz anders nicht aber ein bisschen anders Damit ist wieder GG weil ich hab keine Kreaturen mehr Ja so ne Scheiße hier kann ich noch mal powerbauen nur Resident Evil spielen dann ist vorbei Okay Okay Ranged attack Ja, schön, wenn der mir mal antwortet, würde ich gerne mal wissen To a random adjustment type Und noch, also die Lifestealer sind somit das schlimmste, was der hat Also, weil Ordo die Kontrolle übers Schlachtfeld verliert, ist er einfach nur am Arsch Dass du so verloren Die du nicht halten kannst Und die kann ich momentan in den späteren Runden nicht mehr halten Und die Ländler ist toll Das nützt mir nichts Das nützt mir nichts Toll Der movet jetzt noch ein bisschen rum Attack is decreased by two Toll Das hat auch Langeweile Und zu viel auf der Hand Toll, jetzt brauch ich auch keine Purification mehr Hm Hattest du auch sein Hirn stellen können Ich bin deppert und so und weiß nicht wie man richtig spielt Ich spiele nur nach Gefühl grade Und überlege sogar nicht Ich habe alle Übungen wie wohl Schaden genommen und das ist nie zu knapp ey Toll Das war jetzt wirklich ein gemachter Tausch anscheinend Und ein absicherer Tausch, besser gesagt Und tot Also ihr seht Karten mit die ziehen lassen sind extrem wertvoll Weil der hat grad komplett alles voll stehen Habe ich schon wieder verloren Schade Also irgendwie Aber der war nicht so nett Der hat nicht mehr geantwortet auf irgendwelche Chat-Anfragen Naja Zumindest kann ich mir jetzt im Store Ein neues Scroll Pack kaufen Buy Nein Scrolls left Structure Growth Hm Gun Automat Energy Growth An entramatium ist attack An entramatium ist attack An melee combat attacker becomes poisoner Weiß nicht Langdrewed Das habe ich doch noch den Quatsch bekommen Draining mist All opened units with quantum 1 or less have their counter increased by 2 Proximity charge Und Proximity charge is destroyed in melee combat Achso Was ist das? Was dann vier Schaden macht Miasma wall All poison damage is increased by 1 Totem Magma pack Magma pack Ich glaube das habe ich schon Unit attack is doubled Enchanted unit is destroyed after attacking Genau Das ist so ein Ding Alles oder gar nichts Und die letzte Die seltenste Glaube ich If bunny attack is zero It will summon another bunny in a gentlestite instead of attacking What the fuck is das für ne karte Ach ne Es gibt noch eine Roasted bean potion Enchanted creature move is increased by 1 Okay, das ist ganz interessant für mich Allerdings habe ich wie gesagt ganz andere probleme momentan mit meinem deck Na ja Wie ich behalte